ich muss ja daraus wohl kriegen gekommen da hin und ich hab den nehmen nicht die folgten und die verheilt die feilt Erfaltet alles. Erfaltet alles. Ich hab die Daten nicht. Und Damien wird das sofort merken. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blumen, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Irak. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Niki. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blumen. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikis Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingen, Damien. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Niki, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blumen wird dich einfach gehen lassen? Die werden die ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Niki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Aiden? Und? Geht's dir gut? Ich hab Angst. Sag, dass Jackson in Sicherheit ist. Das ist ein Schicksal. Du bist ein Schicksal. Nein? Ja, ist okay. Hör mal, Niki, ich... Nein, aber bitte leid nicht zu, dass... Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nennst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Scheiße, du musst aber schnell weg hier. Ach du Sau. Oh nein. Ist das nicht der, den wir wollen? Er ist das Typ, den sie suchen, du Scheiße. Moment in Downtown Chicago auch. Die Polizei bitte die Bürger ruhig zu bleiben. Leg auf, sofort. Ganz ruhig mal. Was ist der Typ, den die wollen suchen? Verdammt. Damien hackt diese Tafeln von irgendwoher. Ah! Da, ein WKZ-Wagen. Den muss ich ausschalten. Die Polizei glaubt, Pierce spiele die Rolle des Rächers schon seit Monaten. Er gilt als brutal und möglicherweise labi. Scheiße, Alter, es geht hier die Post op. Raus! Sofort! Zentrale, welche Art notverliebt vor? Bitte schicken Sie alle Kopf, die Sie haben! Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Weder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich hab zugesehen und gelernt. Willst du sehen, was ich kann? Es schaut doch an, wenn man nicht viel mit dem Teufel macht. Lass dich nicht schnappen, mein Junge. Das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Scheiße, die kommt von der Flanke! Alle Einheiten, die CTOS werden beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Wir haben ihn! Scheiße! Alter, jetzt können die Bullen von in allen Richtungen. Feuer, Freigabe! Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. LS, wir brauchen sicher einen CTOS-Zugang. LS, Verdächtiger ist von oben nicht zu sehen. Informiert die Jungs unten. Was? Mui! Versuch, ihn zu kriegen! Ich hab jetzt Karre flüchten. An alle! Dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Halt! So fahren! So fahren Sie sofort ran! So fahren Sie ran! Alter! Wie geht die Post an? So fahren Sie sofort ran! auch ich habe Raus an! Knapp ich hier! Halten Sie das Fahrzeug an! Sofort! Oh shit! Leitstelle, hier gab es eine Riesen-Exklusion! Füße! Ich brense ihn aus! Vorsicht, Nägel! Ein Polizei, S.U. Lee, hat die Verfolgung aufgenommen. Ein Beamter braucht Hilfe! Es gab einen Unfall! Wiederhole! Streife hatte Unfall! Ich wiederhole! Halten Sie an! Ei! Ein SUV wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Verdächtiger ist uns entwischt. Start eine neue Suche. Er hört erst auf, wenn wir ihn springen. Los, ranbehen! Scheiße! Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Nein! Geben Sie auf! Anhalten! Aufpassen! Wir brauchen hier CCUS Zugang! Wir haben hier eine Explosion! Wir brauchen Sunny! Alter! Fickt euch doch alle! An alle, ein S.B. wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Fickt euch alle! Ich würde ihn hier loswerden. Arme Sie ran! Hör zu Leute, ich ramme ihn! Rett ran! Ich rufe Stärkung! Ja, rufe zu mal Stärkung. Stopp! Sofort! Hier spricht die Polizei! Fahren Sie sofort ran! Scheiße! Ich versuch ihn zu drehen! Nein! Scheiße! Schick mehr Leute! Fuck, Alter! Die Dagensperre auf! Halten Sie das! Okay, wir haben hier bestätigt. Fahrzeug des Verdächtigen ist ausgescheitert. Wir haben hier getroffen! Wir haben hier getroffen! Steckt doch rein! Fahr! 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 Fahr einfach nur! Fahr doch! Alter! Wir müssen nicht platt machen! Ich fahre ihm in die Seite! Achtung! Scheiße! Ich fahre ihm in die Seite! Ich fahre ihm in die Seite! Versch die Reine! Ja, ein Unfall! LF! Check die Not aus! Es gibt Verletzte! Verletziger hat das Fahrzeug verlassen! Ich kann ihn nicht ausschauen! So ein Verfickter Kack! Verletziger ist vor Ort! Wir sehen ihn! Verletziger ist vor Ort! Verletziger ist vor Ort! Verletziger ist vor Ort! Verletziger ist vor Ort! Ey, dieser Scheiß Heli nervt mich! Wenn der nicht wäre, Alter! Alter! Leck mich am Ausch! Scheiße! Ich glaube, ich bin ein Moment im Dauer von Chicago auf! Die Polizei bittet uns umgekehrt! Gehen Sie den Mann aus dem Weg! Er gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich! Verdammt! Damien hackt diese Tafeln von irgendwoher! Da! Ein WKZ-Wagen! Den muss ich ausschalten! Die Polizei gelaufen! Auf Zentrale! Bitte nennen Sie die Art Ihres Normals! Ja, wir brauchen die Polizei! Geh uns mal schnell! DDoS-Scan automatisiert! Starten jetzt die Suche nach Vernächtigem! Nein! Du machst das hier zu schwer, ey! Zwing mich nicht, dich zu verraten! Es gibt nichts zu verraten! Weder falsch! Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst! Ich hab zu gesehen und gelernt! Willst du sehen, was ich kann? Das kommt davon, wenn man den Tieren... Endlich! Das stimmt was nicht mit dem CTOS-Cans! Moment! Lass dich nicht machen! Mein Junge, das wäre nicht gut für deine Schwester! Oder? Das stimmt was nicht mit dem CTOS-Cans! Moment! Bewegung! Ich glaube, wir haben einen Wagen im CTOS-Cans! Bitte warten! Der CTOS-Scan hängt! Bitte warten! Wie gut, dass ich die jetzt alle aufgeladen habe! So gleich mal! Ich habe Probleme mit dem CTOS-Cans! Moment! Thomas! Moment! Hier gibt es ein technisches Problem mit dem CTOS-Scan! Alle Einheiten hier, Leitstelle der CTOS-Scan war ergebnislos! Nichts gefunden! Ja! Schür! Oua! Alter! Kann ich irgendetwas machen? Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Die Fortsliebe ist Nests. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Alter. Okay. Da fahren wir jetzt hin. Raus, so fahren. Ich muss... Komm mal gucken. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Es ist ernst. Bitte schicken Sie ein paar Cops. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Komm mal gucken, Fortschritt. Puh. Wir sind nur bei A3. Na was? Das ist auch die Letzte anscheinend. Ne, Akt 4 sind wir, süße. Zwei von acht. Oh Gott, hier wird's spannend. Und wie sieht man den Statistiker? Ruf, der ist voll im Arsch. Ach, das ist so geil. Du, ich halte wohl gepackert zu sein. Also, die Verführungsschaft, die hat sich... Wasst nicht so geil. Uh-huh. mal anklopfen wir haben die falls aufenthaltsort jetzt hole ich zurück was er stahl wenn er ein rex material auf dem markt verkauft war alles sinnvoll ob es verschwindet oder öffentlich wird ich hätte da nichts mehr für den wo bist du hier sind ein zugang er hat im spiel zündig und auch spielen wie geht es denn ja bis bald er kennt mich nicht also dicke sondermeldung aber er kennt mich nicht ja 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 ich brauche mal 10 ja 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 ich ich ja 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 in Was hab ich denn gemacht? So. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Wo ist er? Scheiße. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Komm ich schnell jetzt hoch. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucking roter Typ. Wo verdammt hat er das hier? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich hab eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also... am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Ah, der Mensch nicht mal. Glaubt er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Was? Ich freut euch nicht zufrieden. Wie sieht's aus? Das Teile ist doch los, das könnte sich nicht bewegen, oder? Jetzt. Los. Bin unterwegs. Doch halt sie mir vom Lein! Ach, da hinten ist der Sack. Aber ich bin besser. Ich könnte... Ich könnte jetzt nur das so umvertragen. Hey, komm! Hey, hör zu! Komm raus! Wir machen'n Deal! Komm rein! Komm raus! Ich werfe eine Granate! Hey, wir können vorwürgen! Auf! Sucht euch Deckung! Komm raus! Komm raus! Biss! die sind alle tot das kann nicht sein das Ding ist doch doppelt und rebt ich hoffe an wenn ich sicher bin dass ich nicht umbringen auch noch eine Sache als ich in diesem Ratenloch war habe ich bemerkt dass der kleine scheiße MC DOS rumgefummelt hat er hat flogen und ich denke du bist der Ziel Nummer 1 ganz ruhig du kacke wir brauchen jeden verfügbaren Mann alter heil ihn rein tu es kann ihn irgendjemand sehen komm hin passt gut auf er ist hier verteilt euch scheiße man wir brechen es ab wir treffen uns bald lololololool Alter Das war jetzt krass Es war jetzt nicht schwer, aber es war krass Piers, schon mal was von Dot Point Action gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking hoe. Was immer das ist, da treibt die Fort sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6GB USB-Stick voller lesben Pornos. Willst du den auch? Behalt den. 3 von 8. Ich zieh das jetzt durch, Alter. Und zwar drauf lassen. Wohl. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub das eine Ding hier mach ich noch. Diese eine mischen. Und dann, ja. Dann wollen wir mal sehen. Bis dann morgen weiter geht. Weil ich zocke hier irgendwie schon wieder 5 Stunden oder so. Am Stück. Ich könnte ja wieder umziehen. Wenn wir schon so viel haben, ne. Ich finde die Hellen irgendwie cool, wieso nicht. Reptil. Oh Gott, Robert. Ah, die haben, weil alle irgendwie cool. Auf ihre eigene Art. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dankeschön. So bekommt man kein Auto. So bekommt man kein Auto. Hm. Was ist das? Verpiss dich! Zack. ich hab mich ja sowieso vorgab oh mein ich jagd auf aden pierce kam heute einen schritt weiter als bürger ihn mitten in downtown chicago sichteten eine gewagte aktion einige bürger glauben dass der rächer demonstrieren wollte dass die polizei unfähig ist was halten sie von den versuchen der polizei den rächer zu schnappen dieser typ stellt sich da mitten in die menge haben wir ja schon mal gehört die default bedingungen